servus liebe warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit mal ein bisschen anderen news und zwar weil ich sie einfach interessant finde und zwar world of warcraft schafft es in die mainstream nachrichten also in eine richtig tagesbericht erstattung einer zeitung und zwar mit dem thema über das wir auch schon gesprochen haben sexismus beziehungsweise wie world of warcraft oder blizzard aktuell vorgegangen ist um explizite szenen beziehungsweise in dem fall war es ja nicht mal was explizit ist zu verbergen und zwar ihr werdet es bestimmt gesehen haben habe ich ein video gemacht da war auf einem bild in wo w eine frau abgebildet wo man brüste sehen konnte mehr oder weniger und das ganze hat blizzard ausgetauscht und zwar mit einem bild von obst dementsprechend ist jetzt sogar dann beispielsweise die berliner zeitung darauf aufgesprungen mit dem titel halbnackte frau wird obst gaming gigant blizzard zensiert world of warcraft und das ganze kommt nicht von ungefähr denn im internet sind dann zum beispiel bei reddit sachen getrendet wie blizzard want to respect woman so they turned them into fruit also anstatt sich vernünftig mit dem thema auseinander zu setzen wird halt jetzt ein obstkorb aus einer frau gemacht was ich persönlich auch total affig finde einmal weil das bild selber überhaupt nicht schlimm ist meiner meinung nach und b dann so frigide zu sein zu sagen so wir machen aus diesem pixelhaufen weil das könnt ja machen wir obst das ist für mich kein zeitgemäßer umgang mit diesem thema und keine ahnung ich weiß nicht finde dann sollte man zukünftig auch statuen wo org krieger drauf zu sehen sind wo ein sixpack ist da sollte bitte jetzt eine banane drauf gemacht werden weil das ist mir eine zu explizite darstellung des männlichen körpers das finde ich nicht gut also auf den ebenen bewegen wir uns gerade ich weiß nicht ob blizzard sich damit ein gefallen tut ich finde aber allgemein ich finde es gut dass sie versuchen sich zu bessern und offen mit dem thema umzugehen und auch mehr auf die community einzugehen aber teilweise finde ich sollten sie aufpassen dass es nicht zu sehr übertreiben was ist eure meinung dazu schreibt mir gerne in die kommentare damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen